Also ich bin wirklich überrascht, wie gut der Bad Erlacher Jugendtreff ankommt bei den Kindern und Jugendlichen. Wir haben heute Gehenspiel und da ist volles Haus und volle Begeisterung mit Mario Kart. Ein weiterer Termin ist der 31.8. Dort gibt es ein großes Sommerkino beim Museum und da würden sich die Kinder sicher freuen, wenn möglichst viele Zuschauer kommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017